Mein Name ist Aline Joska. Ich fliege heute mit meinem Team auf Mozambique. Es regnet, es ist nass, es ist überflutet, den Leuten geht schlecht. Jeder Einsatz ist etwas Neues, etwas Spezielles. Auch wenn ich schon viele Einsatz geleistet habe, gibt es immer so viele Unbekannte und so viele Variablen. Es ist eine Neugier, aber auch ein grosser Respekt vor der Situation, die unser Team vor Ort erwartet. Wir sind für die Logistik zuständig vor Ort, für die internationalen Hilfsgüter. Das heisst, was für Infrastruktur ist noch vorhanden, was nicht, was können wir reinfliegen, welche Strassen wir brauchen, wie können wir selbst zu Wasser und Unterkunft, wie können wir Unterkünfte für die Bedürftigen sicherstellen. Ich mache das, um etwas zurückzugeben. Ich bin als Frau in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Das ist ein grosses Glück, das ich nichts dafür geleistet habe. Und von diesem Glück möchte ich etwas zurückgeben. Alles GERISTEN Untertitelung des ZDF, 2020